Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier auf Tessi Supply. Heute blicken wir mal nach China, denn dort gibt es weitere Preisreduzierungen. Und diese Preisreduzierungen werden auch einen Effekt auf den deutschen Markt haben. Wir wissen ja, es ist ein offenes Geheimnis, dass auch in Deutschland die Preise bald reduziert werden. Aber in welcher Form sie in China reduziert werden, ist tatsächlich schon bemerkenswert und zeigt, wie hart umkämpft der Markt ist und was das auch mit dem Model Y zu tun hat. Denn selbst die Highland Variante musste jetzt reduziert werden. Blicken wir also mal auf die Dollarzeichen. Hier ganz unten siehst du die Dollarpreise und 3,9% ist die Reduzierung beim Model 3 Highland Long Range. Dann das Model 3 Standard Range in der Highland Version hier um 5,9% reduziert. Dann haben wir das Model Y, da gibt es für die Performance Variante keine Reduzierungen und für das Model Y Long Range auch nur 2,1%. Die Standard Range Variante dagegen wieder um 2,8% reduziert. Warum ist also jetzt auch das Model 3 Highland betroffen? Erstens, viele Leute wählen sehr gerne das Model Y Standard Range in Europa, aber auch in China. Und da muss natürlich ein Preisunterschied da sein. Und in China hat man jetzt das Problem, dass mit 36.470 Dollar und in 34.639.000 Dollar eine Standard Variante Model 3 nur noch 2.000 Dollar von der Model Y Standard Range Variante entfernt ist. Das ist übrigens vorher noch weniger gewesen. Somit musste man dieses Model 3 Highland jetzt so stark reduzieren. Das zeigt aber auch, viele Leute kaufen weiterhin gerne das Model Y, weil es einfach so viel mehr Platz bietet und man natürlich eine ganze Familie sehr, sehr bequem dort unterbringen kann. Und das Model 3 Highland ist ein super Auto, wie viele ja auch schon bereits getestet haben und Feedback gegeben haben. Aber wenn man für 2.000 Dollar mehr ein Model Y Standard Range haben kann, ja dann macht man sich hier irgendwie den Markt gegenseitig kaputt. Also es könnte sogar noch weiter runter gehen. Hier auch nochmal ein Vergleich der Preise in den letzten zweieinhalb bis drei Jahren, seit Tesla in China begonnen hat und es kennt eigentlich nur einen Weg und das ist nach unten. Seit Juni 2022, wo wir den Höhepunkt erreicht hatten, geht es einfach nur noch bergab. Das Model Y Performance ist hier noch am stabilsten, aber das Model 3 in der Standard Range Variante kommt jetzt schon wieder in Regionen, wo es vorher mal war und zwar nämlich unter den 260.000 Yuan in China. Was bedeutet das also für den deutschen Markt? Für den deutschen Markt bedeutet das, dass wir auch das Model 3 Highland reduziert sehen könnten und dann auch nochmal das Model Y mit Hinterradantrieb. Das sind so die beiden Varianten, die sicherlich am meisten verkauft werden und vor allem interessant sind für die Kunden, die jetzt eben halt noch auf ein preiswerteres Elektroauto warten. Damit kann man natürlich dann immer noch gut Geld verdienen, wenn Leute eine andere Variante kaufen. Das wird man sicherlich auch ein bisschen anpassen müssen. Und du siehst auch hier nochmal, diese Preisreduzierungen sind natürlich nötig, um entsprechend den Export weiter zu tätigen, denn Deutschland exportiert bekannterweise nicht nur in die EU-Länder, sondern auch in die Türkei, Taiwan, Israel. Und China hat natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, trotz der günstigen Preise mit anderen Preisen in Ländern wie Australien noch sehr gut Geld zu verdienen. Also man sieht, es werden günstige Preise für chinesische Kunden angeboten, weil dort eben halt das nötig ist und die Kaufkraft eine andere ist, wie zum Beispiel in Australien. Und in Australien bezahlt man dann einfach andere Preise, aber dort wird eben halt auch hin exportiert, genauso wie nach Großbritannien. Somit gibt es eine Mischkalkulation am Ende, die noch einigermaßen okay für Tesla ist, aber vor allem der europäische Markt wird jetzt interessant werden und da hat man natürlich in der Vergangenheit sehr gut Geld verdient und damit wird man gezwungenermaßen auch die Preise weiter reduzieren müssen. Das zeigt aber auch, dass dann für einen Tesla Kleinwagen irgendwann die Preisunterschiede zwischen dem Tesla Kleinwagen und einem Tesla Model 3 wahrscheinlich über die nächsten 12, 14 Monate immer niedriger werden. Übrigens, wenn du noch Gummifußmatten brauchst, dann schau mal gerne auf Tessi Supply vorbei. Wir haben nämlich recyceltes Material und das ist nämlich 75%. Also Gummimatten aus 75% recyceltem Material. Schau gerne mal auf Tessi Supply vorbei. Wir würden uns sehr freuen, haben auch noch ganz, ganz viele andere Greenline-Produkte aus Deutschland und Europa. Also darüber würden wir uns sehr freuen und dann kannst du dein Tesla Model Y oder Tesla Model 3 noch viel besser ausstatten. Wir freuen uns auf dich, mach's gut, bis dann und tschüss.